Ja, bevor wir uns das Wort Gottes anschauen, darüber nachdenken, lass uns noch mal zusammen beten. Herr Jesus, wir sind dankbar dafür, dass du uns liebst, uns geliebt hast. Vor Anbeginn der Welt hast du uns schon gesehen, hast du uns gewollt. Herr, das ist unfassbar für uns. Du hast dich für uns hingegeben und wir dürfen zu dir gehören. Wir dürfen mit dir zusammen sein, mit dir zusammen gehen. Du hast uns gereinigt durch dein Blut. Wir loben und preisen dich dafür und bitten dich, dass du unsere Herzen jetzt weich machst, empfänglich machst für dein Wort. Herr, du kennst uns, du weißt, wie es in uns aussieht, was für Empfindungen, für Gedanken in uns sind. Und wir bitten dich, dass du uns fähig machst, dein Wort aufzunehmen, ja, dass es seine Kraft entfalten kann. Du hast gesagt, dass dein Wort Kraft hat, uns selig zu machen. Dein Wort hat Kraft, uns zu retten, uns zu heilen. Und so bitten wir dich, dass du mit deinem Wort jetzt kommst und uns reinigst und uns heilst und uns erneuerst und veränderst, dass du uns richtig ausrichtest, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, während wir dein Wort lesen und hören. Bitte segne jetzt die Zeit in deinem Wort. Amen. Ja, wir lesen zusammen das Buch der Sprüche. Uns wird ja gesagt, dass jedes Wort der Schrift, dass es gut und nützlich ist, um Menschen, die Gott suchen, Menschen, die Gott ernst nehmen, um sie auszurüsten für jedes gute Werk. Und zwar ist es deswegen so, weil alle Schrift von Gott eingegeben ist. Es ist eine übernatürliche Gabe, die Gott uns gegeben hat. Sein Wort ist eine Gabe Gottes. Und das ist etwas, was wir so erfahren haben, erlebt haben. Es ist etwas, was uns gelehrt wurde, aber was wir auch aus eigener Erfahrung so weitergeben können. Das Wort Gottes ist, die Bibel ist wirklich Gottes Wort und hat Kraft, uns zu verändern, uns auszurichten, uns zu erneuern. Deswegen lesen wir die Bibel zusammen als Gemeinde und laden auch jeden herzlich dazu ein, mitzulesen. Wenn ihr eine Bibel zu Hause habt, dann holt euch eine Bibel, legt sie euch vor euch hin. Wir werden darin lesen. Wir werden auch verschiedene andere Stellen aufschlagen. Und wir sind aber hauptsächlich im Buch der Sprüche, das ist im Alten Testament. Direkt das Buch nach dem Psalmen, irgendwo ziemlich in der Mitte von der Bibel. Sprüche in Kapitel 12. Die Sprüche sind ein besonderes Buch ab Kapitel 10. Ein Großteil des Buches besteht daraus, dass in jedem einzelnen Vers einfach so ein Spruch mitgeteilt wird, in dieser typischen hebräischen, poetischen Form, in zwei Vers teilen, wo zwei Aussagen gemacht werden, die aufeinander bezogen sind, entweder als Gegenteil oft formuliert, zwei verschiedene Dinge, die uns vorgeführt werden, entgegengesetzt werden. Und im Buch der Sprüche ist es oft diese Gegenüberstellung zwischen dem Weg der Gottesfurcht und dem Weg der Gottlosigkeit, dem Weg der Gerechtigkeit und der Sünde. Und es gibt aber auch andere Verse, wo diese Halbverse sich gegenseitig ergänzen. Und das haben wir ja schon an vielen Stellen gesehen. Wir gehen jetzt einfach rein in Sprüche 12, Vers 1. Und da wird sozusagen ein altes Thema, was wir auch schon mehrmals uns angeschaut haben, angeschnitten. Was ich aber jetzt so in der Vorbereitung einfach auch nochmal so wichtig fand, für mich persönlich und für uns als Kinder Gottes, als Christen ist es ein wichtiges Thema. Dieser Vers macht etwas deutlich, was ein Grundproblem von uns Menschen ist. Und hier steht, wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis. Und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Und wir nehmen einfach erst mal nur diesen Vers und denken ein bisschen länger darüber nach, bevor wir auch die ganzen anderen Verse lesen. Denn die ganzen anderen Verse machen überhaupt keinen Sinn, wenn wir diesen ersten Vers nicht ernst nehmen. Wenn wir nicht verstehen, worum es eigentlich Gott geht in unserem Leben, dann brauchen wir das ganz andere gar nicht zu lesen. Wer Zucht liebt, das Wort Zucht, was hier steht, ist ein Wort im Deutschen, was uns nicht mehr so geläufig ist. Es ist ein altertümliches Wort. Es ist, ja, man hat da bestimmte Vorstellungen dabei, die vielleicht nicht unbedingt so das treffen, was es eigentlich meint, dieses Wort. Das Wort hat eine Bedeutungsvielfalt, die folgende Aspekte beinhaltet. Es geht eigentlich um Erziehung. Es geht um Unterweisung. Zurechtweisung. Es geht um Belehrung. Es geht auch um Ermahnung und Warnung. Es geht auch um Zurechtweisung. Und all diese Worte haben eine bestimmte Bedeutung, wenn man da so ein bisschen tiefer reingeht in diese deutschen Worte, dann merkt man, es geht hier um, es geht um das Lernen. Es geht darum, zu erkennen und zu begreifen, dass wir noch etwas lernen müssen. Dass wir nicht fertig sind, sondern dass es etwas gibt, was wir noch lernen können. Und dass es jemanden gibt, der uns etwas lehren kann. Dass es jemanden gibt, der mehr weiß, der mehr kann, der größer ist als wir selbst, der weiser ist, der uns deswegen unterweisen kann, der uns zurechtweisen kann, weil er weiß Bescheid. Er ist voller Weisheit. Und um Weisheit geht es in dem Buch der Sprüche. Es geht darum, Weisheit zu erlangen. Wir haben noch keine Weisheit. Wir wollen weise werden. Gott will, dass wir weise werden. Es gibt so einen schönen Vers in Epheser 5, Vers 17. Da sagt Paulus, wie gesagt, wir würden das immer unseren Kindern genau so sagen. Aber Gott sagt es zu mir, als Erwachsenen. Er sagt, sei nicht dumm, sondern verstehe, was der Wille des Herrn ist. Werde weise. Bleib nicht dumm, Jörg. Und da ist das große Problem. Da fängt es nämlich an. Ich mag das nicht. Ich mag das nicht hören. Ich mag das nicht gesagt kriegen. Hey, du bist dumm. Du musst mal weise werden. Lass dir das mal erklären. Das mag ich nicht. Ich denke, ja, auf eine philosophische Art, wenn ich jetzt hier sitze und darüber philosophiere, dann fällt es mir leicht. Und dann sage ich, ja klar, ich weiß überhaupt nichts. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich habe keine Ahnung von so vielen Dingen. Aber wenn es mir von außen gesagt wird, oha, das rührt meinen Stolz an. Dann wird es schwierig. Da bin ich eher wie der, der Ermahnung hasst. Und gerade, wenn es mich trifft, an einem Punkt, wo ich mir eigentlich sicher bin, dass ich Bescheid weiß. Wo ich denke, ja, erzähl mal, ich weiß schon, was die Sache ist. Wenn mir, wenn der Finger auf die Wunde gelegt wird und mir gezeigt wird, hey, da verhältst du dich überhaupt nicht weise. dann finde ich tausend Gründe, warum das doch sehr wohl, weise und richtig ist, warum ich mich so verhalte. Und ich mag es nicht hören. Ich will es nicht hören. Und es zeigt meine Dummheit. So sagt es das Wort Gottes. Es offenbart meine Dummheit. Wenn ich Ermahnung hasse. Wenn ich mit dieser Aversion, mit dieser Ablehnung reagiere in meinem Inneren, wenn mir was gesagt wird, wenn ich zurechtgewiesen werde, wenn ich ermahnt werde, wenn ich belehrt werde. Oh, wie hassen wir das, wenn wir belehrt werden, oder? Das ist, Aber das Kind Gottes, der Heilige Geist, ist anders. Es ist der Geist Jesu. Und Jesus, obwohl er Gottes Sohn war, ist ein kleiner Mensch geworden, ein Baby, was lernen musste. Es steht in dem Lukas-Evangelium, dass er zunahm an Weisheit. Als kleines Kind war er nicht weise. Er war ohne Sünde. Aber er war noch nicht weise. Ich weiß nicht, wie ich mir das vorzustellen habe, aber er nahm zu an Weisheit, steht da. Es steht auch da, ja, als Junge im Tempel, die haben alle gestaunt über sein Wissen. Er war schon besonders, auch schon als Teenie. Aber nichtsdestotrotz steht da, dass er sich seinen Eltern unterordnete. Dass er bereit war, auf seine Eltern zu hören. Sich von seinen Eltern leid zu sagen. Er war bereit dazu, das Handwerk seines Vaters zu erlernen. Er hat von seinem Vater gezeigt gekriegt, wie er mit dem Hammer umgeht, wie er mit dem Hammer umgeht. Von seinem irdischen Vater. Im theologischen Sinne, so wie Paulus uns das offenbart, wie der Heilige Geist in Paulus es uns offenbart, wie auch Jesus es gesagt hat. Er war schon vorher da. Er ist nicht einfach nur dieses Menschlein, was wir in den Evangelien betrachten, sondern er ist der Sohn Gottes von Anfang an. Er war schon vorher da. So schwer das auch zu begreifen ist und zu erfassen ist für uns. Gott offenbart es uns, dass er Teil des Schöpferhandelns war. Am Anfang war das Wort, wird uns gesagt in Johannes Evangelium. Und das Wort war Gott. Durch das Wort wurde alles geschaffen. Gott sprach und es wurde. Er ist der Anfang. Er ist im Anfang dabei, in der Schöpfung, mit aktiv. Insofern ist Jesus nicht nur der Sohn von Josef, sondern er ist sein Schöpfer. Schwer zu fassen, schwer zu begreifen. Und doch ordnet sich Jesus, seinem Vater, seinem irdischen Vater unter und lernt von ihm sein Handwerk. Wer Zucht liebt, liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst, ist dumm. Jesus hat Erkenntnis geliebt. Er hat es geliebt, zu lernen. Als Mensch, als Kind, als Jugendlicher. Er war offen dafür, etwas Gutes zu lernen, zu erlernen. Von Gott, von seinem Vater im Himmel zuallererst. Aber dann auch von seinem irdischen Vater, weil Gott das so gegeben hat. Er hat gesagt, ich finde es gut, die Menschen sollen entstehen durch die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau. Und sie sollen hineingeboren werden als kleine, hilflose Babys in eine Familie hinein. Und sie sollen dann lernen von diesen unvollkommenen Menschlein. Also wir werden hineingeboren in diese Situation und Gott will uns dadurch zu Menschen machen, wie wir eigentlich auch sein sollen. Bereitwillig zu lernen von unserem Vater im Himmel. Offen, neugierig, interessiert. Vater, wie machst du das? Vater, zeig mir deine Wege. Vater, zeig mir deine Weisheit. Erzähle mir von all den Wundern. Den Wundern deiner Schöpfung, von den Wundern der Menschheitsgeschichte. Erzähl mir davon. Zeig mir das. Zeig mir, wie du fühlst. Zeig mir, wie du denkst. Vater, ich will dich mehr kennenlernen. Und diese Sehnsucht, ihn kennenzulernen, ist die Sehnsucht, ihm ähnlich zu werden. Es geschieht aber aus dem Bewusstsein heraus, dass ich es nicht bin. Dass ich nicht fertig bin. Dass ich einen habe, einen Vater habe, von dem ich lerne und der mir das gibt, wodurch ich wachsen kann und ihm ähnlich werden kann. Deswegen sollten wir Erziehung, Unterweisung lieben. Wir sollten sagen, ja, ich will noch mehr lernen. Wisst ihr, wir sind so oft so satt, so zufrieden. Warum? Wir sind so voll mit Informationen. Wir lernen so viel, die ganze Zeit, jeden Tag. prasseln, so und so viel Informationen auf uns ein. Wir tun uns alles Mögliche rein, weil wir eigentlich dazu geschaffen sind, immer wieder weiter zu lernen, immer was dazu zu lernen. Aber sind wir noch hungrig und durstig nach der Unterweisung unseres Vaters im Himmel? Wollen wir von dem lernen, der alles geschaffen hat, der Herr ist über Himmel und Erde? Lieben wir das, zurechtgewiesen zu werden? Und das ist der Punkt, dass wir zurechtgebracht werden, auf den richtigen Weg gebracht werden. Wer Zucht liebt, wer Erziehung liebt, Unterweisung liebt, liebt Erkenntnis, der liebt es weiter zu wachsen, ein mündiges Kind Gottes zu werden. Möchtest du stabil werden? Möchtest du auf dem Felsen richtig gut verankert stehen und deinen Weg gerade gehen? Oder möchtest du diesen Schlingerkurs? Willst du diesen Schlingerkurs? Hin und her. Jakobus sagt, das ist wie eine Meereswoge. Jemand, der zweifelt, der ein Zweifler ist. Immer hin und her. Willst du diesen Schlingerkurs? Oder willst du lernen, wirklich einen geraden Weg zu gehen, einen festen Schritt zu haben? Dann lass dich unterweisen. fange an, diese Unterweisung, diese Lehre, diese Erziehung zu lieben. Wenn du aber die Ermahnung hast, wenn du sie in den Wind schreibst, dann offenbart das etwas, dass du dumm bist. Wer will sich schon gerne als dumm bezeichnen lassen? Manche sagen dann, dann bin ich halt dumm. Okay. Gott sagt, wenn du dumm bleiben willst, dann kann ich nichts machen. Ich möchte aber nicht, dass meine Kinder dumm sind und dumm bleiben. Sondern ich möchte gerne, dass sie an Weisheit zunehmen. So wie mein Sohn Jesus Christus. Wie mein Sohn Jesus. So möchte ich, dass meine Kinder an Weisheit zunehmen. Dass sie nicht dumm bleiben. Es gibt im Reich Gottes, in dieser Schöpfung, ich sag's mal weitergefasst, in dieser Schöpfung, in dieser Welt, in der wir leben, die geschaffen ist von Gott. Es gibt auch in dieser Welt Erziehungsberechtigte. So wie es in Deutschland ein Gesetz gibt, was regelt, wer Erziehungsberechtigter ist. Es gibt nämlich viele, die versuchen wollen, uns zu erziehen. Viele haben ein Interesse daran, uns zu erziehen. Und die Frage, wer uns erzieht, zeigt dann auch, wer unser Vater ist, wer unser Erziehungsberechtigter ist. Wem geben wir das Recht, uns zu erziehen? Wer hat es? Wer hat dieses Recht? Die Bibel zeigt uns ganz deutlich, dass es natürlich Gott ist, der unser Erziehungsberechtigter ist, der das Recht hat, uns zu erziehen. Gibst du ihm das Recht? Lässt du es zu, dass er dich erzieht? Du kannst dich seiner Erziehung auch entziehen. Aber er erzieht dich mit Seilen der Liebe. Sag, komm doch, lern doch von mir. Aber Gott als der oberste Erziehungsberechtigter hat auch Menschen eingesetzt. Es gibt ein göttliches Recht, nachdem auch Menschen ein Erziehungsrecht in unser Leben haben. Wer hatte Erziehungsrechte in deinem und Pflichten in deinem Leben? Wie gesagt, Gott als allererstes. Aber wenn du ein Kind bist, ein Jugendlicher, ja sogar noch in späteren Jahren, wenn du erwachsen bist, du hast leibliche Eltern. Gott hat in den Zehn Geboten ganz deutlich gesagt, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. An verschiedenen Stellen wird uns deutlich gemacht, dass das beinhaltet, unter anderem, dass wir unseren Eltern gehorsam sein sollen, dass wir uns ihnen unterordnen sollen, dass wir von ihnen lernen sollen. Andersrum herum sagt er zu den Eltern, dass sie ihre Kinder lehren sollen, unterweisen sollen. Lass uns das mal aufschlagen in 5. Mose. Kapitel 6, das 5. Buch Mose, Kapitel 6, da steht, wir steigen mal in Vers 4 ein, das bekannt ist als das Glaubensbekenntnis der Juden. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Jahwe, der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Er ist unser Gott, der Herr allein. Warum? Weil er der einzige Gott ist, weil er alles geschaffen hat. Weil er derjenige ist, der alles geschaffen hat, der der Herr von allem ist. Deswegen soll er allein unser Gott sein, weil es ihm allein gebührt, unser Gott zu sein. Er allein ist würdig, dass wir uns ihm mit unserem ganzen Leben unterordnen, dass wir ihm folgen, dass wir ihm vertrauen. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Letztendlich ist dieser Aus, dieser Spruch in Sprüche 12, Vers 1, Erziehung zu lieben, letztendlich Gott zu lieben, weil Gott derjenige ist, der uns erzieht und unterweist. Und wenn du Gott liebst, dann liebst du auch seine Unterweisung, seine Erziehung, weil er gut ist, weil er uns liebt, weil er uns geschaffen hat und weil er einen wunderbaren, guten Plan für unser Leben hat. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Das ist das Erste. Nimm das Wort Gottes auf. Sei selber ein Kind deines Vaters im Himmel und lerne von ihm. Lass dich von ihm formen. Nimm sein Wort auf. Mit Sanftmut wird es uns in anderen Stellen gesagt. Nimm das Wort mit Sanftmut aus, weil dieses Wort ist kostbar. Es hat Kraft, dein Leben zu heilen, dein Leben zu retten. Bewahre es. Gib es einen Ehrenplatz in deinem Leben und das heißt nicht, dass du es irgendwie auf den Sockel hebst, sondern dass es Wichtigkeit, Priorität in deinem Leben hat. Und dann geht es weiter in Vers 7. Du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt und wenn du auf dem Weg gehst, wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Hier mittendrin in so einer ganz wichtigen Passage, wo Mose dem Volk Gottes den Kern sozusagen des Glaubens weitergibt, da steckt die Aufgabe der Eltern gegenüber ihren Kindern. Das gehört mit zum Herzen Gottes. Gib es weiter an deine Kinder. Erziehe, unterweise deine Kinder. Und zwar nicht allgemein, sondern im Wort Gottes, in der Weisung Gottes. So wie du von deinem Vater im Himmel gelernt hast, gib es weiter an deine Kinder. Dass auch sie unterwiesen werden in dem, was ich dir gezeigt, was ich dir offenbart habe. So werden sie selber in eine Beziehung hineingeführt zu Gott, indem sie dann auch wieder ihre Kinder lehren, nicht das, was ihre Väter sie gelehrt haben, sondern was ihr Vater im Himmel sie gelehrt hat. Denn wir werden, wenn wir die Unterweisung Gottes aufnehmen in unser Herz, werden wir selber zu Kindern Gottes. Und die Unterweisung, die wir von unseren Eltern empfangen, sie gestaltet sich um zu einer Lehre, zu einer Unterweisung unseres Vaters im Himmel. So steht es auch im Neuen Testament, Epheser 6, Vers 4, sagt Paulus, Ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ich habe es schon mal gesagt, ich sage es jetzt noch mal, diese Zeit ist eine ganz kostbare, wichtige Zeit der Prüfung, wo Gott uns etwas lehren will. Es ist Teil der Unterweisung Gottes für uns als Ehemänner und Familienväter. Du sollst ein Lehrer deiner Kinder sein. Du sollst deinen Kindern Gottes Worte weitergeben. Du sollst davon sprechen, wenn du zu Hause bist, wenn du aufstehst, wenn du dich niedersetzt. Du sollst das Wort in deinem Mund haben, nicht nur in deinem Mund, zuerst in deinem Herzen und dann auch in deinem Mund. Du sollst deine Kinder unterweisen in der Zucht, in der Erziehung und Ermahnung des Herrn. Wir haben eine hohe, große Aufgabe und wir haben sie oft sträflich vernachlässigt, oder? Und diese Zeit ist eine besondere Zeit, wo Gott uns das nochmal nahe bringt. Hey, das ist deine Familie. Selbst Säkulare sagen, die Wiederentdeckung der Kleinfamilie. Unter Corona wird plötzlich wieder das Haus, die Hausgemeinschaft so wichtig. Und das ist für Gott auch. Nicht nur im Alten Testament, sondern auch im Neuen Testament. Die Hausgemeinschaft ist wichtig und es gibt jemanden im Haus, der Verantwortung trägt und der soll diese Verantwortung bitte auch wahrnehmen und das sind wir. Wir Ehemänner, wir Väter. Und wir können uns nicht rausreden und sagen, ich habe doch so viele andere Verantwortung, ich muss doch so viel anderes machen, ich habe doch schon so einen stressigen Job, dann kann ich doch nicht auch noch zu Hause irgendwie. Nein, Gott hat gesagt, das ist deine wichtige, eine der wichtigsten Aufgaben, die du hast, als Mann ist. Selbst dich unterweisen lassen vom Herrn und das ist meistens der Grund, warum wir darin fehlen. Weil wir selbst nicht bereit sind, uns der Unterweisung Gottes zu unterstellen, sind wir auch völlig unfähig dazu, unsere Kinder zu unterweisen im Herrn. Und wenn wir es dann trotzdem tun, und weil wir fromm drauf sind, dann ist es völlig daneben, weil es kommt überhaupt nicht an. Das Erste, wie wir unterweisen, ist doch das Vorbild. Also Brüder, lasst uns echt da umkehren, wo wir sehen, dass wir versagt haben. Und da, wo ein kleiner Anfang in deinem Leben ist, da will ich dich ermutigen, hey, mach weiter, lass dich nicht entmutigen, weil Widerstände da sind, weil es Probleme gibt, weil es mühsam ist. Mach weiter, bleib dran. Bete darum, dass Gott dir hilft, dass du als Mann diese Aufgabe zu Hause wahrnimmst. Und wenn kein Mann da ist im Haus, dann mach es du, Schwester. Wenn dein Mann darin sträflich versagt, dann mach du es. aber gib dem Mann Raum, ermutige ihn. Stärke ihn in dieser Aufgabe. Verdräng ihn nicht. Gib dem Raum, dem Möglichkeit, dass der Mann tatsächlich diese Aufgabe wahrnehmen kann. Das ist unheimlich wichtig. Es gibt noch eine weitere Sache, weil wir gerade im Epheserbrief sind, können wir hier zu Kapitel 4 hinschlagen. Es gibt auch in der Gemeinde die Aufgabe des Lehrens, der Unterweisung. Gott hat auch hier Menschen berufen, die diesen Dienst ausüben sollen. Und auch für sie gilt dasselbe. Da predige ich zuallererst für mich, also ihr könnt jetzt alle ausschalten, jetzt schalte ich mal ein. Stefan ist ja auch da. Kann ja auch zuhören. Für uns gilt das genau dasselbe. Zuallererst soll es in meinem Herzen sein, das Wort. Ich soll Vorbild sein. Dadurch lehre ich zuallererst. Petrus sagt es auch an die Mitältesten in 1. Petrus 5 sagt er, ihr Ältesten sollt nicht Herrscher sein, Regenten über die Herde, sondern ihr sollt sie füttern, ihr sollt sie hüten und zuallererst Vorbilder der Herde sein. Vergebt uns bitte Geschwister, wo wir ein schlechtes Vorbild sind, wo wir in unserer Lehre und in unserer Unterweisung versagen, weil wir schlechte Vorbilder sind. Wir wollen weiter darin wachsen und von Gott unserem Vater lernen, dass wir bessere Lehrer und Unterweiser und Pastoren und Hirten sind. In Epheser 4 wird uns aber gesagt und das lesen wir jetzt einfach mal ab Vers 7 jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade nach dem Maß der Gabe Christi gegeben worden. Hier spricht er davon, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben als Kinder Gottes und dass Gott durch seinen Geist uns auch Gaben gibt, die verbunden sind mit bestimmten Aufgaben, mit bestimmten Diensten und er spricht dann weiter und bezieht sich auf ein Zitat aus dem Alten Testament und schreibt darum heißt es hinaufgestiegen in die Höhe hat er die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Paulus deutet diesen Vers der jetzt vielleicht nicht so eindeutig und klar ist er deutet ihn auf Christus hin und sagt das hinaufgestiegen aber was besagt es anders als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde der hinabgestiegen ist derselbe ist derselbe der auch hinaufgestiegen ist über alle Himmel damit er alles erfüllte also Christus ist hinabgekommen und er ist dann hinaufgestiegen und und hat gaben gegeben und jetzt spricht er von den gaben die er gegeben hat und interessanterweise sind es hier nicht die geistesgaben die an anderer Stelle stehen oder verschiedene gaben die jetzt der geist gibt sondern diese gaben sind Menschen er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten andere als Evangelisten andere als Hirten und Lehrer Gott hat bestimmte Menschen gegeben die Gesandte sind Apostel heißt Gesandt die Botschafter sind so kann man es auch übersetzen das Apostel Wort Apostel Propheten diejenigen die Worte Gottes weitergeben Evangelisten die das Evangelium weitergeben verkünden Hirten Pastoren die die Herde füttern wie Jesus das zu Petrus gesagt hat und Lehrer solche die unterweisen Wofür sind sie der Gemeinde gegeben hier steht zur Ausrüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes für die Erbauung des Leibes Christi das ist ihre Aufgabe die Heiligen und das ist die Gemeinde Gottes jeden Einzelnen auszurüsten für das Werk des Dienstes wie können oder wie sollen sie das tun wodurch ist ihnen das überhaupt möglich da schlagen wir einmal schnell 2. Timotheus 3 Vers 16 auf alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre zur Überführung zur Zurechtweisung zur Unterweisung in der Gerechtigkeit damit der Mensch Gottes richtig ist für jedes gute Werk ausgerüstet weil es die Schrift ist die von Gott eingegeben ist die nützlich zur Lehre zur Unterweisung ist die uns ausrüstet für den Dienst sagt Paulus dann in Kapitel 4 ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus der Lebende und Tote richten wird und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort predige nicht deine eigene Philosophie deine eigene Lehre unsere Aufgabe hier in der Gemeinde als Hirten als Lehrer ist nicht unsere eigene Philosophie zu verkünden sondern zu unterweisen in der Zucht und Ermahnung des Herrn wie die Väter zu Hause sollen wir es auch hier in der Gemeinde tun indem wir das Wort predigen indem wir das Wort lehren wie es auch Jesus getan hat so steht es an mehreren Stellen in den Evangelien er lehrte das Wort Punkt er predigte das Wort und dann wird gar nicht genau erzählt was er alles gepredigt hat sondern er hat einfach das Wort was Gott schon durch die Propheten gegeben hat er weiter gegeben er hat es erklärt er hat es ausgelegt er hat es dem Volk Gottes nahe gebracht auf eine neue besondere Art und Weise natürlich so wie es die Schriftgelehrten nicht getan haben mit einer Vollmacht die sie vorher nicht kannten aber es ist nicht ein anderes Wort es ist dasselbe Wort zurück in Sprüche 12 also ich habe hier mal weiß nicht ob das jetzt vom letzten Jahr ist vielen Dank Dagi und Stefan dass ihr immer uns so schöne Geburtstagskarten schickt und das machen die dann so dass ich glaube die machen das so im Teamwork Stefan bastelt die Briefumschläge und Dagi druckt das dann oder macht die Karten dann fertig und hier hat Stefan irgendwie so ein schönes Bild als Briefumschlag gefaltet und gestern weil es irgendwie in meiner Bibeltasche drin war ist es mir so in die Hände gefallen und dann habe ich da drin gesehen dass hier innen drin dass da was drin steht und da ist mein Blick drauf gefallen und da dachte ich das ist ja interessant das will ich jetzt mal lesen und ich habe das gelesen und habe gedacht boah das passt volle volle elle jetzt auf das worum es hier gerade geht deswegen will ich das jetzt mal vorlesen ich weiß nicht von wem das ist aber ich finde es sehr passend du sagst ich verstehe Gott nicht mehr er führt mich in die enge er begrenzt meinen Lebensraum und nimmt mir meine Freiheit siehst du denn nicht dass Gott dich einengen und begrenzen muss damit du eine Freiheit findest und sich deinem Leben eine weiter erschließt von der du nicht einmal zu träumen wagst fand ich interessant fand ich lustig das ist kein Wort aus der Bibel und doch es ist genau die biblische Botschaft ähm wer Zucht liebt liebt Erkenntnis und wer Ermahnung hasst ist dumm lasst uns also unsere Herzen aufmachen für die Lehre für die Unterweisung Gottes Geschwister und ja auch wenn du Gott vielleicht noch nicht so kennengelernt hast dass er dein Vater ist und in Jesus Christus will er unser Vater sein er ist unser liebender Vater so zeigt uns Jesus Gott er hat uns ihn gezeigt als unseren Schöpfer der uns liebt der für uns da ist der sich um uns kümmert ja der der unsere Schuld auf sich genommen hat wie es wie es in diesen auf diesen Baustellen schildern früher hieß das immer so ich weiß nicht ob es heute immer noch so ist betretener Baustelle verboten Eltern haften für ihre Kinder Gott hat gehaftet für unsere Fehler für unser Versagen für unsere Übertretung weil er unser Vater sein möchte weil er unser Vater ist und wenn du diesen diesen Vater annimmst wenn du wenn du dir eingestehst ich habe mich doch nicht selbst gemacht und ich kann mir doch auch selber keinen Sinn geben ich kann mir selber auch kein ewiges Leben geben ich höre auf gegen diesen Schöpfer zu rebellieren ich höre auf diese Blockade aufrecht zu halten ich lasse es zu dass sie niedergerissen wird ich will diesen Vater haben ich will ein Kind des ewigen Gottes sein dann nimm Jesus Christus als deinen Herrn an er ist gekommen um deine Sünde zu tragen am Kreuz von Golgatha und er ist auferstanden vom Tod damit er Herr ist über dich und über mich ein guter ein wunderbarer Herr ein König voller Pracht wie wir das singen ein ein herrlicher König ein König der Liebe der regiert nicht durch ja durch durch Härte durch Druck sondern durch Liebe und dann wird dein Herz auch verwandelt und alle die ihr zu Jesus Christus gehört die ihr seine Kinder geworden seid lasst uns heute dafür entscheiden dass wir den Widerstand aufgeben lasst uns heute wieder entscheiden und sagen dass dieser Widerstand gegen die Unterweisung meines Vaters das ist doch das ist das Fleisch das ist mein altes Leben das ist diese Sünde die mich ins Verderben gebracht hat ich will es aufgeben ich will es hinter mir lassen ich will mein Herz weit machen für die Unterweisung meines Vaters ich will mich neu aufmachen will mich begeistern es gibt noch so viel was wir von Gott lernen können Geschwister es gibt so vieles was wir lernen können noch lass uns doch aufmachen aufbrechen mit Jesus wir haben zu Hause haben wir diesen schönen Film Auferstanden gesehen wenn ihr zu Ostern nochmal einen schönen Film sehen wollt dann guckt euch mal Auferstanden an ob man jetzt das gut findet oder nicht ist egal aber ich finde es einfach es bewegt mich immer wieder bei manchen Filmen bei Darstellungen von Jesus und seinen Jüngern Ich weiß weiß wie es dir geht aber ich wäre doch auch gerne mit Jesus gezogen ich hätte mich auch gerne zu seinen Füßen gesetzt und gehört und ich kann es aber ich darf es jetzt tun ich darf es heute tun morgen tun ich darf mich hinsetzen morgens oder abends oder mittags oder nachmittags wann immer ich Zeit habe darf ich mich hinsetzen mit meiner Bibel in der Hand darf beten und sagen Herr bitte lehre mich hier bin ich dein Schüler dein Jünger ich will hören wie ein Jünger hört ich habe ein offenes Herz bitte lehre mich und dann kommt er durch seinen Geist lehrt er mich er macht mir das Wort lebendig lass uns neu diese Erziehung Gottes lieben lieb gewinnen man kann sich entscheiden etwas zu lieben du kannst dich entscheiden Gott zu lieben indem du alles andere was dir wichtig erscheint zur Seite packst indem du sagst egal auch wenn ich Bock habe dazu wir verwechseln das oft Liebe mit Bock haben auf irgendwas ich packe das zur Seite worauf ich jetzt Bock habe weil Gott mir so viel wichtiger ist und das drückt Liebe aus ich habe zwar Bock darauf aber weil ich dich liebe Herr nehme ich mir Zeit für dich höre ich auf dich und bin dann auch bereit dir zu dienen so zeigt sich dann auch Liebe unter uns Menschen dass ich nicht sage ich habe jetzt keinen Bock sondern aber weil ich dich liebe diene ich dir tue ich dir was Gutes kann ich dir was Gutes tun und Gott wünscht sich so sehr dass wir uns zu seinen Füßen setzen und von ihm lernen dass wir das aufsaugen wie ein Schwamm was er uns weitergeben möchte so lass uns beten Vater wir danken dir dafür dass du ja nicht müde wirst uns zu rufen deine Kinder wie störrisch wir auch sind wie wie unbelehrbar und dumm wir oft sind du rufst uns in deine Lehre hinein in deine Unterweisung schenk doch dass wir ja dass wir alle Widerstände in uns ja dass wir sie niederreißen dass wir die Tür öffnen das Tor weit machen dass du der König der Ehre einziehen kannst dass du mit deiner Lehre mit deiner Unterweisung mit deiner Weisheit einziehen kannst in unser Leben Herr ich möchte nicht unweise bleiben ich will nicht dumm bleiben sondern ich will weise werden will erkennen was du willst was dein Wille für mein Leben ist Herr ich möchte gerne mehr erkennen die Höhe die Tiefe die Breite der Liebe Gottes die unfassbar ist unbegreiflich da fehlt uns noch so viel wir denken oft weil wir lange schon im Glauben sind dass wir doch schon alles wissen aber dabei wissen wir nichts wir wollen wir wollen dich mehr kennenlernen wir wollen dich bitten dass du diese Tage jetzt die vor uns liegen dafür gebrauchst dass wir dich mehr kennenlernen dass wir dich tiefer kennenlernen dass unsere Liebe zu dir wächst und dass die Weisheit darin Gutes zu tun auch wächst ja und wir möchten uns auch ausstrecken danach dass wir auch fähig werden dazu diejenigen zu unterweisen diejenigen zu lehren die du uns anvertraut hast da Herr bitte bewege du unsere herzen zu dir hin zieh uns zu dir erzieh uns zu dir so dass wir auch gute erzieher sein können gute lehrer gute unterweiser Herr bitte erbarme dich über uns danke Herr dass du unser gebet gerne erhören wirst Herr Amen Amen